Wir sind jetzt auf dem Renngeleit vom Skispitzgöb und was ganz wichtig ist, die Unterlagen. Hier haben wir uns mal angeschaut. Schneekristalle sind schön ausgeprägt. Ein guter Trainer hat mir einmal gesagt, ihr müsst den Schnee riechen und er riecht wirklich nach Rennen. Die Unterlage wird bereit sein, eine sehr gute, stabile Grundlage für das Hammer-Rennen im Skispitzgöb. Untertitelung des ZDF für funk, 2017